Und so bleibt es bis zum Jahrtausendwechsel. Mitte der 90er Jahre stehen die guten alten Einheits-E-Loks noch alle in Lohn und Brot. Das Äußere entspricht der damaligen Farbgebung. Wie eh und je ist die Hohenzollernbrücke das Nadelöhr. Sogar Silberlinge sind in den letzten Jahren. Eine gibt es noch. Doch Graffiti-Schmierer verbreiten in dieser Zeit bereits ihr Unwesen. Schon selten blaue Kasten-E-10. Orientrot mit Latz ist die Farbe Mitte der 90er Jahre. Eine 111 in den Farben der Rhein-Ruhr-S-Bahn. Am Haken hat sie einen neuen Doppelstockwagenzug. Ab 1979 sind ein 111er mit extra für die Rhein-Ruhr-S-Bahn entwickelten X-Wagen unterwegs. Untrennbar mit Köln verbunden aber ist die Baureihe 103. Fast 30 Jahre lang ist sie das Zugpferd im Intercity-Dienst gewesen. Oft rollen die Züge nur im Schritttempo über die Hohenzollernbrücke. Es ist nicht die Brücke, die hier bremst, sondern die dichte Zugfolge im Hauptbahnhof. Nicht selten sind die Bahnsteiggleise noch besetzt, wenn der nächste Zug bereits im Anrollen ist. Markant ist die neue Dachkonstruktion. Markant ist die Bahnsteiggleise vor der eigentlichen Bahnhofshalle. Ende der 90er Jahre hat sie die alte Bahnsteigüberlachung ersetzt. Dreierparade im Kölner Hauptbahnhof. Drei Maschinen warten im Abendlicht auf Ausfahrt. Lokomotiven, die es heute nicht mehr gibt. Und in der Gegenrichtung noch eine Dreier. 103-117 macht sich als Erster auf den Weg. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Auch der City-Nightline-Zug rollt mit einer Dreier in die Abendsonne. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017